Hallo, ich bin Frau Rania. Guten Tag, liebe Schüler in 8. Klasse. Bitte machte das Booklet auf, Seite 9, 10. Macht das Booklet auf, Seite 9, 10, bitte. Okay. Lektion 8, 10, wohin in Urlaub? Heute sprechen wir über die Präpositionen. Heute sprechen wir über die Präpositionen. Wir lernen Präposition an und in und nach. Diese Präpositionen kommen mit Akkusativ und wir lernen, die Artikel im Akkusativ heißt, die Artikel im Akkusativ heißt, den, das und die. Die Wörter mit Artikel. Entschuldigung, die Wörter mit Artikel. Der bekommt den. Okay. Der bekommt den. Okay. Heute lernen wir an, in und nach. Diese Präpositionen kommen mit Akkusativ und die Artikel im Akkusativ heißt, den, das und die. Und es gibt heute eine Kurzung. Kurzung bedeutet, in plus das, die Kurzung heißt ins. Okay. An, Präposition an, plus das, die Kurzung heißt ans. Jetzt lernen wir, welche Wörter kommt mit der und das und die. Tapelle Nummer eins. An den Bodensee. Ich fahre an den Bodensee. Okay. Ich fahre ans Meer. Das Meer über ich fahre ans Meer. An die. Wörter mit die. An die, Adria, Ostsee, Nordsee. Okay. Ins. Das bedeutet in plus. Ja, richtig. In plus das. Ins Gebirge. Und Gebirge bedeutet Mountain. Okay. In die. Es gibt hier Länder mit Artikel, die zum Beispiel in die Bundesrepublik Deutschland. In die Schweiz. In die Türkei. In die USA. Und wir lernen, in die USA, in die Britannia und Dolomiten. Dolomiten, das ist auch Mountain. Jetzt lernen wir, die Präposition kommt immer mit Ländern nach. Ich fahre nach. Nach Ägypten, nach Kairo, nach Deutschland, nach Berlin, Italien, nach Sylt. Das sind Länder. Und Sylt, das ist eine Insel. Eine Insel. Das sind die Präpositionen mit Akkusativ. Jetzt möchten wir diese Präpositionen benutzen. Frage Nummer 1, wähle aus. Tom fährt Meer. Wir lernen, das Wort Meer hat Artikel Das. Und Meer bedeutet Sie. Tom fährt an der Meer, ans Meer, nach Meer. Was ist richtig? Ja, prima, ans Meer. Anders, das bedeutet ans. Oder die Kurzung heißt ans. Wir, Nummer 2, wir wollen schwarz fahren. Schwarz, wir lernen schwarz, kommt mit Artikel die, die schwarz. Das heißt die schwarz. Die schwarz. Wir wollen, prima, in die schwarz fahren. Frage Nummer 3, Markus fährt heute. Fährt heute. Das bedeutet Travel. Markus fährt heute. Was bedeutet Gebirge. Was bedeutet Gebirge? Gebirge bedeutet Mountain. Okay. Markus fährt heute. Ja, prima, ins Gebirge. Ins Gebirge. Frage Nummer 4, ich fahre Ostsee. Ja, wir lernen, Ostsee kommt mit Artikel. Die Ostsee, die Ostsee. Ja, ich fahre. Prima, an die Ostsee. Frage Nummer 5, ich. Bodensee fahren. Okay. Ich fahre oder ich will. Bitte schreib will. Will. Ich will. Ich will. Nach Bodensee. An den Bodensee. Oder in die Bodensee. Ja, richtig. An den Bodensee. Nummer 6. Überfährt Italien. Italien, das ist ein Land. Okay. Und mit Länder benutzen wir Prävisation. Ja, richtig. Nach. Nach Italien. Frage Nummer 7. Ich fliege. Ich fliege USA. USA. Prima. In die USA. Ich fliege in die USA. Im Sommer fahren wir Dolomiten. Okay. Im Sommer fahren wir Dolomiten. Das kommt mit Prävisation. Ans oder ins oder in die. Prima. In die Dolomiten. Das sind die Prävisationen. Okay. Im Akkusativ. Übung Nummer 2. Ergänze. Ergänze. Karin fährt im Sommer. Mia. Welche Prävisationen kommt mit Mia? Ja, super. Karin fährt im Sommer. Ans. Mia. Karin fährt im Sommer. Ans. Mia. Nummer 2. Im Winter. Fahren wir Gebirge. Richtig. Ins. Gebirge. Herr Schulz will Bodensee fahren. Welche Prävisationen kommt hier? An den oder an die. Richtig. An den. An den Bodensee. Meine Mutter will Meine Mutter will schwarz fahren. Nach schwarz oder in die schwarz. Ja, prima. In die schwarz. Meine Freunde fahren dieses Jahr Türkei. Türkei. In die Türkei. In die Türkei. Ich will New York sehen. Also fliege ich in die USA. Dario will Deutsch lernen. Er fährt also mit Länder benutzen wir nach Deutschland. Nach Deutschland. Okay. Bitte lerne die Tabelle. Okay. Diese Tabelle Seite 9 und 10. Frage Nummer 3. Ergänze die Mini-Dialoge. Ergänze die Mini-Dialoge. Es geht hier ins Gebirge nach Deutschland, an den Bodensee, in die Alpen und nach Frankreich. Ich möchte so gerne surfen und wir lernen surfen. Das ist ans Meer, okay? Dann musst du fahren. Ich möchte surfen, dann musst du fahren ins Gebirge. Kann ich ins Gebirge surfen? Nein. Kann ich an den Bodensee surfen? Ja, richtig. Okay. Du musst an den Bodensee surfen. Okay. Du musst an den Bodensee fahren. Frage Nummer 2. Ich möchte so gerne wandern. Wandern. Dann musst du fahren. Wo ist die Gebirge? Ja, richtig. Ins Gebirge. Ins Gebirge fahren. Ich möchte so gerne Französisch lernen. Französisch lernen. Okay. Französisch, das bedeutet French. Wo kann man Französisch lernen? Dann musst du, ja richtig, nach Frankreich fahren. Nach Frankreich fahren. Und Frankreich bedeutet Französisch. Ich möchte so gerne Deutsch lernen. Wo kann man Deutsch lernen? Wo kann man Deutsch lernen? Wo kann man Deutsch lernen? Du musst E fahren. Du musst nach Deutschland fahren. Deutsch lernen. Okay. Ich möchte so gerne surfen. Du musst an den Bodensee fahren. Okay. Frage Nummer 4. Frage Nummer 4. Ergänze die Tabelle. Es gibt hier Verb wessen. Verb wessen. Verb wessen. Was bedeutet wessen? Wessen bedeutet to know. Okay. Verb wessen bedeutet to know. Konjugiere jetzt Verb wessen mit ich. Ich weiß. Ich weiß. Das Verb heisst weiß. Ich weiß. Das bedeutet I know. Du weisst. Das Verb mit ich und du, er, sie hat SZ. Lieber ich weiß. Du weisst. Er, er, sie weiß. Und wir. Ja, richtig. Wir wessen. Das bedeutet we know. Ihr wisst. Sie und sie wessen. Entschuldigung. Sie und sie wissen. Entschuldigung. Okay. Lernen bitte Verb wessen. Und das bedeutet to know. Okay. Jetzt erkläre ich Nebensatze mit das. Was bedeutet das? Das bedeutet that. Okay. Das bedeutet that. Was bedeutet das? Das bedeutet that. Und mit Nebensatze mit das steht das Verb am Ende. Das Verb steht am Ende. Das ist ein Nebensatz. Okay. Verb steht am Ende. Satz Nummer eins. Timo und Moritz besuchen einen Englischkurs in Oxford. Ich weiß. Das bedeutet I know. Jetzt benutzen wir Verb wessen. Ich weiß, dass. I know that. Timo und Moritz und Moritz einen Englischkurs in Oxford besuchen. Das Verb steht am Ende. Das Verb steht am Ende. Wo ist das Verb? Besuchen. Okay. Über in Oxford. Besuchen. Abschirm. Das Verb mit Nebensatze mit das steht das Verb am Ende. Satz Nummer zwei. Zum Beispiel. Wo ist das Verb? Martina besucht ihre Tante in Australien. Okay. Das Verb steht Nummer zwei hier. Martina besucht, okay? Ich habe gehört, dass, das Nebensatz mit das, das bedeutet, das war besteht am Ende. Ich habe gehört, dass Martina ihre Tante in Australien besucht. Das ist das Verb. Das Verb steht am Ende. Frau Schulz möchte einen Kultururlaub machen, okay? Urlaub bedeutet vacation, okay? Kultururlaub machen. Ich weiß, dass Frau Schulz einen Kultururlaub machen. Machen. Möchte. Wo steht das Verb? Das Verb steht am Ende, okay? Bitte antworten Nummer 4 und 5 allein, okay? Ein Urlaub an der Adria ist nicht sehr teuer, okay? Und teuer bedeutet expensive. Nicht sehr teuer. Die Müllers machen dieses Jahr keinen Urlaub. Keinen Urlaub. Und ich erkläre, Urlaub bedeutet vacation. Bitte bau Nebensatz mit das und benutze das Verb am Ende. Das Verb steht immer am Ende. Und das bedeutet that. Vielen Dank, okay? Und Tschüss. 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 Vielen Dank.